So Freunde, und nach 24 Stunden Pause sind wir wieder hier und Feuerballknall. Feuerballknall hier. Immer noch nüchtern. Soweit das geht. Fragst du nur, wie lange? Stimmt. Du hast recht, da bin ich gestorben gestern. Ja. Ist der Bonus noch kriegen wolltest du? Bonus. Bonus. Ja, die Spinne, die ist so toll. Weberrack, Weberrack. Wie ein Tricks. Renn, renn. Alter. Alter. Kein Problem. Hat's gebracht. Nicht. Fragle? Das lagst du? Ja, weißt wenigstens, was er an Fragle ist. Wow, wow, wow! Die Eulen, die sehen so scheiße aus, ne? Wow. Wohin? Hör doch mal auf hier. Der Puff, reißt doch, um zu schissen. Oh, du dummer Fotzer! Oh, du Rattentier! Warte, 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 das kann man gleich. Oh, fast doch. Der ist zu fett. Volles Risiko. Aber richtig Risiko. Ja, Leute, da keinen Fehler macht man den Fehler, den ich mir den meisten dann gemacht habe. Aha. Hätte der Wusch es natürlich nicht gemacht. Damit die Leute nicht verbürzen. Oh, der ist doch mal auf mit der Kacke hier. Oh, der ist scheiße, ey. Da muss ich konzentrieren, wie ein Drecksau. Ey. Boah. Dann machen wir alles nur für euch, damit ihr was ließt, ey. Meine Güte. Damit ihr wisst, oh scheiße, das Bonus-Ding meint aber nicht. Ey, ja. Ja, die sehen das nicht, der in den Tragen. Ja, gut. Boah, das ist leck, aber. Ey. Was meinst du, wenn du nicht, der Blut hat? Das ist ja asthmatisch bald. Du meinst Epileptiker. Ja. Jetzt haben wir ja mal Angst. Oh, Herr Tochter, du meinst. Nein. Nein. Die mehr. Ist denn die Summon? Hast du alles hier? Der wird gerade sagen, stirb an dem Egel und ich gedreht am Rad. Oh Gott. Wow, 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 roll! Meine Fresse, ey. Gott, was für ein Spaß hier, Alter. Dede! Dede, 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 dede. Äh, müssen wir schon zu dem Bär hier? Nee, noch nicht. Kanal. Kanal, rot, oh nein! Haha, dein Lieblings-Roll. Gott, dieser Schwachsinn hier. Hier müssen wir aufpassen, wegen Bonussen. Boni. Wow, wow. Alter, das Ding macht es nicht gerade einfacher. Ja, das machen wir nicht. Ja, hier wechseln ist echt scheiße. Da, den ersten Bonus haben wir. Jetzt haben wir sie nur nicht versaut. Glipsch zu allem. Oh, 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 oh. Ah, scheiße. Nochmal. Müssen wir das Level nochmal machen. Sorry. Stirb einfach. Noch sind meine Level in der Abzeit. Badab, badab, badab. Yes. Haha. Ah, ja, hau doch den Scheiß. Mario. Kräfer da zusammen. Mario? Ich bin doch mit Absicht gestorben. Das war so zweimal schon jetzt. Mit Absicht gestorben. Ja, mach halt. Mach halt. Wenn ich jetzt richtig sterbe, dann bist du wieder. Alles verpasst. So muss das sein. Ich hau die gerne. Ich hab dann die Möglichkeiten auf die Scheißviecher eigentlich mal zu kacken. Oh Gott, jetzt muss ich aufpassen, dass ich den Bonus wieder krieg. Oh, hoch, 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 und hoch, und hoch. So Leute, also sofort runter, wenn ich da oben bin. Ja. Wenn du dran hängst. Nochmal. Jo. Wunderbar. Es gibt es. Und ihn auch noch angekraft. Ich mach das Level jetzt eben fertig. Ich mach das Level eben fertig. Ist ja gleich am Anfang. So, jetzt probier ich mal jetzt. Das wäre doch auch was für den Cooper, das Level, ne? Für den Copperfield. Obwohl wir dann nur schon nix von sich hören lässt. So, komm schon, Baby. Stürb. Du nicht. Irgendwie ist dann auch für den Mulatto schwieriger, gerade auch mein zumindest. Mach weiter, mach weiter, ja. Wow. Ja. Irgendwie ruckelt die Ziele, ne? Das ruckelt zu sehr, das ist das. Kacke ist das hier. Alter, Oerlauf. Einfach sinnlos, ey. Der Sound, ey. Dann brauchst du mal einen PC, der mehr kann. Dann geht das. Ich bin mit dem, ich mach doch nix mit dem PC, außer aufnehmen. Wozu brauche ich dann einen, der mehr kann? Das Aufnehmen klappt ja noch nicht mal, ja. Wow. Hoch, hoch. Jo. Sack. Wurde mir das. Pst, lass mich die Concentration nehmen. Scheiße! Döööööö. Ich sag da jetzt nicht zu. Ich mach da Level jetzt fertig und gut, ist die Kiste. Ich werd hier keinem Hunger brauchen. Wo war denn der zweite Bonus? Ne, am Ende war die die Karte. Du musst in so ein komisches... Ja, in die Mitte, genau. Oh, du stehst. Nicht. Wow. Oh Gott, die Scheiße. Ja, eben mit so einem Twillen ist es. Da ist das ein Problem. Da war eine Banane, glaube ich, da. Ja, da war eine einzelne Banane. Jetzt müssen wir es gleich kommen. Konzentrier mich gerade. Nein, da war es nicht. Ja. Na gut, von dem Leben her müssen wir uns ja keine Sorgen machen. Nein, nein, wir heißen ja nicht Koopa. Koppa. Fehlt. Koppa, nein, nein. Hättest du nicht mehr einen normalen Namen heraussuchen können. Ey, ey, lecky, lecky, ohne Ende hier. Der Sound hängt. Auch nicht schlecht. Das sieht man ja da auch. Wir haben aber noch nicht mal, das hat so leicht bis hier draufgefallen. Ja. Aber hier kriege ich einen Krampfen. Oh, fuck you. Ficken, das ist so eine Scheiß. Ficken. Drecksloch hier. Ist auch so geil, diese Let's Player, die immer wenn sie sterben, ficken schreien. Ja, was soll ich sonst schreiben? Merde. Dabei. Dabei heißt die Arme, dabei. Ja, genau. Ja, tot. Dabei. Aber er, voll auf die Kante. Wo, mit ihr. Jetzt. Da oben war ein Affe. Ja, da soll er doch nach oben bleiben. Ja, das packst du nicht. Weil das zu schwer mit dem ist im Hintergrund. Meine Fresse. Er kann mich auch nicht in Ruhe lassen. Es rüttelt halt. Er kann mich auch nicht in Ruhe lassen, wenn ich spiele. Du. Dabei, dabei, dich. Ja, ja. Guck mich so. Es ist die einzige Kante, die sie nicht überlebt. Auch auf dem Unverwundbar nicht. Scheißaffen, spring doch aus deinem Kacke raus und lauf den Rest. Lass mich mich jetzt konzentrieren, Jan. Ich lass dich dich jetzt konzentrieren. Diese scheiß Bananen! Ey! Was? Gibt's mal wieder doch jetzt, mein Freund. Oh, na, 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 na. Komm, komm, ist dein. Doch muss ich runter. Ah, scheiße, da war ich. Ja, da war ich. Alter. Stirb, wir verschwunden, ey. Stirb. Stirb. Und jetzt, wie ein Dixi mit dem Kopf? Boah, lass mich in Ruhe, du Scheiße. Concentration! Jetzt! Nein! Jetzt will ich springen, weil er jetzt ruft! Verdammt Mach doch, Affe! Hoch mit dir! Wo willst du hin? Spring! Oh mein Gott Keil Die Scheiße wird hier richtig krank Nur ist blöd, dass uns das nichts bringt, weil wir das komplette levelen jetzt mal nur den Bonus verkackt, das machen wir uns. Wir müssen aber danach das Ende nicht mehr machen. Das war auch jetzt so schwer. Jetzt sind wir schon drüber, wo ist die Zeit? Na, wir haben noch die Hälfte des Videos gerade. Elf Minuten. Oh Gott, jetzt macht der Oberschüster hier nochmal. Mein Lieblingsbonus. Kriegen wir nicht hin, ich weiß nicht. Ich hab den Bonus verpasst. Nein, der war! Jetzt muss er hoch bleiben, bleib um, bleib um! Oh Gott. So sollte... Konzentration. Oh Gott, ach! Boah! Alter, meine Fresse. Hier wird doch nicht, hier, alle guten Dinge sind rein. Haaa! Hast du überlegt, soll ich drinsin Freimholder gespringen, ne? Am Tag, die alle gefahren sind Hääb bbs. Boah, boah! Boah! So unterscheid ich eigentlich wenn ich nicht in dieses Teil reinhüpfe. Also, dass dann stirbt sie ja Asom resistent? Ahrays. Ja, meine Bocken! Oh, Boden. Oh, Hilfe! Letzte Logik! Muwa Pikachu. Boooom! Stamm! Wow! Du sagst aber die gleichen Fehlerding! Ja! Oh! Oh mein Gott! Ey! Soll ich's machen in die Hummel fahren? Hummel fahren! Käferhummel Eine Hummelke Pummelkäfer Kreissägmine Ja! Jetzt überspringt nicht noch mal den Ton Jetzt! Ja! Der Ding fährt unten in die Wald! Willst du jetzt wieder das Sprick wenn er jetzt krölt? Oh nein! Oh mein Gott! Wär das doch so schwer! Wow! Wow! Das war jetzt so schwer! Hammer Bruder! Oh! Hoppala! Glitch dich raus! Oh die Säge alter! Oh ne 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 ne! Warum hab ich die jetzt zum Player abgenommen? Sag ich den Level? Sag ich den Level? Ja! Das weiß ich auch mal die Geheimnisse sind alter! Das weiß ich auch! Nur weil ich beim Battle damals gegen äh äh hier stumpf äh stumpf Messer hier verloren habe Was denn du? Mach doch mal hin! Lässt dich jetzt Zeit! Ist schon klar dass du beim ersten Bonus Ding äh äh weit oben sein musst weil du da runter fällst und rechts Warte! Sag mir wann! Komm gleich! Warte 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 mach halt fertig jetzt! Ganz links jetzt durch! Und jetzt ganz rechts durch! Nimm den Schei! In die Biene! Links links Biene Biene! Und spring! Oh Gott! Ruhig! Wie er ärgert ihr euch! Aaaaaaah! Fälle die Mondzau! Oh! Gib Stoff alter! Oh mein Gott! Ich mach überhaupt keine Hektikrat aber Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ah! Ne alter! Bei der Halbzeit mach mal nen Schnitt Falls du noch bis dahin schaffst Ratte! Gott! Du Scheißvieh! Ich habe Rollen gedrückt! Ich habe Rollen gedrückt! Ich habe Kopfhörer! Dabei! Drück auf! Dabei! Tschüss!